Hey Leute, mein Name ist EpicStun und mit dabei ist heute Katja. Hallo! Und wir spielen Murder Mystery! Ich bin absolut unschuldig und hab schon mein erstes Gold tatsächlich. Ich bin absolut auch unschuldig und hab kein einziges... Ah, da ist mein erstes Gold. Noch ein Gold hab ich, sehr gut. Da ist noch eins, alles eingetötet. Drei Stück hab ich schon insgesamt. Sehr gut. Hallo Katja. Oha, hier sind richtig viele... Detektiv hat jemand anderen weggeschnetzelt. Oh je, passt auf. Ist er ein Mörder? Nicht, dass dann irgendwie so ein Mörder da ist. Nee, er wurde aufgesammelt. Okay, wieder einer weggeschnetzelt. Ich hab mittlerweile fünf Gold. Okay, was ist denn hier insgesamt los? Da werden noch mehr weggeschnetzelt. Also bei mir ist keiner. Sind im Haus welche? Ja, ja, du warst doch gerade im Haus. Natürlich, das warst du. Ich hab ja keinen weggeschnetzelt. Aber die sind alle im Haus. Du warst auch gerade im Haus. Ja, aber ich hab die nicht weggeschnetzelt. Bei mir war noch ein Steve und der andere ist auch im Haus gerade noch. Einer ist runtergefallen insgesamt. Da ist jemand runtergefallen. Und ich hab einen Bogen. Sehr gut, Katja. Ich sammle hier in der Mitte noch ein bisschen Gold auf. Hier ist noch Gold. Acht Gold habe ich. Sehr gut. Ich hab auch gleich einen Bogen. Hallo, bin hinter dir. Guten Tag. Guten Tag. Nicht mich weggeschnetzeln, Katja. Ich bin unschuldig. Mit Sicherheit. Wirklich? Ja, ja. Zu 100 Prozent. Oh, das ist jetzt schlecht. Hast du geschossen? Weggeschnetzeln. Nein, hab ich geschossen. Jemand anderes. Hier sind so viele Steves. Och, ich hab verschossen. Das hab ich gesehen. Ja, du wolltest mich weggeschnetzeln anscheinend. Das stimmt. Hab ich nicht gemollt. Oh, Detektiv hab ich weggeschnetzelt. Das, einer, das, einer, das, einer. Oh nein, ich weiß nicht ganz, wo du bist. Oh nein, ich wurde weggeschnetzelt. Oh, sehr gut. Ich wollte gerade nach dem Bogen gucken. Ich bin Detektivfreund Epic. Und ich bin die Katja. Okay, das bedeutet, du bist Mörder und ich schnetzel dich sofort weg. Bist du denn Detektiv? Ja. Wir sind's beide nicht. Wir sind's beide nicht. Ich bin A8, A9. Ich hab Nächte Zinkold. Oh, sehr gut. Wo werden denn hier welche weggeschnetzelt? Bestimmt da hinten. Lass mal, komm mal zu mir. Komm mal runter. Ja, ich weiß nicht. Der hier, der im Anzug. Hab ihn weggeschnetzelt. Sehr gut, Katja. Das war der miese, fiese Mörder. Ja, ich wollte den auch gerade weggeschnetzeln. Ich bin absolut ein mieser, fieser Mörder. Oh nein. Ich bin unschuldig. Ich kenn's erstes hier in die Mitte. Es sind eigentlich immer relativ viele, aber gerade sind nicht so viele. Erstmal hab ich schon weggeschnetzelt. Sehr gut. Dann hab ich hier noch einen. Könnte vielleicht Glück haben. Oh, oh. Oh, hab ich mich erschrocken. Ich hab mich von dir erschrocken, Katja. Ja, ist das schön. Oh, ich hab dich. Das war ein guter Wurf. Oh Mann, ich wollte nur noch was aufsammeln gerade. Es tut mir leid. Ich hab wiesen so erschrocken, als du in die Ecke gekommen bist. Okay, der Detektiv hab ich auch weggeschnetzelt. Ich geh mal nach hier oben. Guten Tag. Da ist auch jemand. Da steht auch einer. Hab ich. Hab ich. Sehr gut. Bogen wurde aufgesammelt. Okay, ich hab vergessen, wo ich den Detektiv weggeschnetzelt habe. Ist hier oben einer. Guten Tag. Hier sehe ich aber erstmal keinen. Hier unten da sehe ich einen. Und den habe ich. Ciao, Kakao. Oh, der hat mich weggeschubst. Was soll das denn? Bitte, bitte, bitte. Hab ich. Hab ich. Hab ich noch nicht. Stehen bleiben. Bitte stehen bleiben. Bitte stehen bleiben. Ich glaube nicht, dass das der Detektiv ist. Er könnte sich aber umdrehen und mich weggeschnetzeln. Das sind zwei. Hab ich nicht. Das ist aber der Detektiv. Das sehe ich ganz genau. Oh, oh. Oh Gott, epic. Ciao, Kakao. Oh, wir haben uns gegenseitig getroffen. Hab ihn. Und den habe ich auch gleich. Werfen. Das ist nur noch einer. Hab ihn. Sehr gut. Und hier war noch einer. Ja, hab ihn auch. Sehr gut. Zwei Leute sind noch übrig. Wir sind hier, die zwei Letzten. Der hat einen Bogen. Hab ich. Und? Der kann die Falle auslösen. Ja, er kommt hier entlang. Und ich hab ihn. Sehr gut. Oh, sehr gut. Ich bin unschuldig. Bin auch unschuldig. Und ich bin bei der Falle hier vorne. Manchmal hat man hier Glück und man findet es relativ schnell viel Gold. Aber bis jetzt wurde noch keiner weggeschnetzelt. Nee, 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 nee. Keiner wurde weggeschnetzelt. Kaka, bist du der Mörder? Nein, du bist der Mörder. Oh, das wäre ich in die Falle gefallen. Runter gefallen. Okay, zwei Stück sind in der Falle. Jetzt hat auf jeden Fall der rosafarbene die Falle ausgelöst. Es könnte natürlich sein, dass er der Mörder ist. Unten bei der Falle sind auf jeden Fall sehr viele. Ich hab einen Bogen. Ich hab einen Bogen. Sehr gut. Okay, wir können den Mörder weggeschnetzeln. Hallo da oben, Kata. Oh, hier ist echt viel Gold. Ich hab auch einen Bogen. Es ist wieder einer runtergeplumpst. Hä, warum wird dann keiner weggeschnetzelt jetzt? Okay, von wem? Hier. Hier liegt einer. Hast du den weggeschnetzelt? War es wirklich nicht. Nein, du warst es. Nein, ich war oben. Ich hab keinen weggeschnetzelt. Ich glaub, du bist der Mörder. Nein, ich bin tatsächlich der Mörder. Nein, wirklich nicht. Es wurde wieder einer weggeschnetzelt. Sogar Detektiv wurde weggeschnetzelt. Boah, du hast den Detektiv weggeschnetzelt. Ich hab gar keinen weggeschnetzelt. Hallo, Kata. Hallo, ich bin unschuldig. Du bist es. Ah, die wollen mich alle weggeschnetzeln. Aua. Ich bin unschuldig und ich bin hier unten bei dir. Hallo, Kata. Okay, noch fünf Gold für einen Bogen. Sieben Gold hab ich schon insgesamt. Das nehm ich noch mit. Acht Gold. Okay, ich hab echt gleich einen Bogen. Das ging sehr, 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 sehr doll schnell. Wird noch ein bisschen goldig hier. Ich schau mal hier unten, ob hier noch was ist. Hier sehen wir aber kein Gold. Ne, 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 ne. Der im Grün. Der im Grün. Der im Grün. Ich schnitzel den weg. Er ist unten bei mir. Der ist komplett grün. Ist der mit dem Smiley? Ja, ja, ja. Genau, genau, genau. Wirklich? Ja, ja, ja. Du kannst ihn wegschnetzeln. Hab mich getroffen, hab nicht getroffen. Oh, oh, pass auf, pass auf. Ist er unten? Ne, der geht hoch. Aber der hat ja auch nichts vor. Oh, oh. Der hat hier unten den Lina dann weggeschnetzelt. Ich hab einen Bogen. Hoch zu dir. Ja, mal gespannt. Da ist er, da ist er. Der ist der Mörder, der ist der Mörder, der ist der Mörder. Aus dem Weg, aus dem Weg, alle aus dem Weg. Ich hab ihn. Du bist es. Ich wollte ihn wegschnetzen. Du bist so fies, wirklich. Ja, ich glaub dir bei sowas einfach nicht mehr. Das ist ja absolut unfair. Ey, der hat sich über mein Schwert drüber gesprungen. Was ist da los? Okay, zehn Leute sind noch übrig. Ich hab ein bisschen... Ah, es wurde ja... Oh, zu Glück hab ich dich erwischt. Das war genau... Du warst genau um die Ecke. Da ist noch einer. Guten Tag. Der hat eine Schaufel und Schneewelle. Hab ihn. Sehr gut. Oh Gott. Da oben fahren welche runter. Kann ich den treffen im Fahren? Der ist ausgestiegen. Das gibt's doch nicht. Da ist ja noch einer. Hier sind richtig viele. Hab ihn. Sehr gut. Er hat nicht getroffen. Ich hab auch nicht getroffen. Er kann gleich aber wieder schießen. Nein, 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 nein. Er kann jetzt wieder schießen. Er schießt. Ich hab ihn. Sehr gut. Okay, das war der Ecke. Oh Mann. Es hat aber noch jemand auf mich geschossen. Ganz da hinten sind auch welche. Kann ich die so treffen? Ich treff keinen einzigen. Okay, sechs Leute sind noch insgesamt übrig. Oh Mann. Der hat auch einen Bogen. Das gibt's doch nicht. Der hier hat auch einen Bogen. Hab ich? Hab ich nicht? Oh, hab ich. Sehr gut. Okay, fünf Leute sind noch übrig. Der Bogen wurde da oben auch schon wieder aufgesammelt. Das sehe ich ganz genau. Hab ich. Sehr gut. Willst du nicht treffen? Okay, er hat nicht getroffen. Und kann ich werfen? Bitte, 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 bitte. Ja, hab ich getroffen. Sehr gut. Dann ist hier noch einer. Guten Tag. Und bitte wegstätsel lassen. Hab ihn. Ja, noch zwei Leute. Und der Bogen liegt da unten in der Höhle. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo die letzten beiden sind. Der läuft hier nach oben. Okay, ich hab auch nur noch 50 Sekunden Zeit. Guten Tag und hab ihn. Sehr gut. Peace. Ich bin Detektivfreund Epic. Ich bin wirklich Detektiv. Das kann ich dir sagen. Ja, zeig's mal dein Bogen erst mal. Hast du ein Schwert? Nee, hast du einen Bogen? Ja. Okay, ich warte, bis die Falle auslöst. Oh, die Falle wurde ausgelöst. Er ist runtergefallen. Ich hab dich noch keine einzige Sekunde gesehen. Ich hab schon einen Bogen. Oh, sehr gut. Also hast du ein Schwert und einen Bogen. Ich hab nur einen Bogen. Oh, Mann. Ist noch einer von dir weggeschnetzelt? Es lässt doch jetzt keiner. Einer ist noch runtergefallen. Du hast noch einen weggeschnetzelt. Ich hab keinen weggeschnetzelt. Ja, da sind noch acht Leute übrig. Wo sind die denn alle? Du bist die Einzige, die nicht da ist. Das stimmt nicht. Ich bin oben. Ich seh dich aber nicht. Ich bin oben. Ja, gut. Oh, der ist ja. Attacke. Oh, ich hab fast jemand anderes getroffen. Das war sehr knapp. Nein, du hast mich weggeschnetzelt. Das gibt es noch nicht. Nee, noch drei Leute sind übrig. Oh, nein. Da liege ich da oben. Oh, das ist noch zwei Minuten Zeit. Das kannst du gewinnen. Okay, noch eineinhalb Minuten hast du. Oh, oh. Zwei Leute sind auch übrig, Katja. Hier oben? Nee, aber hier oben doch. Da hinten. Ich wusste es. Du hast es sehr gut. Da ist der letzte. Oh, sehr gut. Ich versche ihn. Und du hast alle weggeschnetzelt, Katja. Sehr gut. Guck mal, ich habe auch einmal gewonnen. So, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Katja vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.